und da sind wir auch live wunderschönen guten abend erstmal wir haben heute jetzt hier das spiel auf cora 13 jäger company gegen fct ja cora asv1 einfach nur wir haben hier die amerikanische main bei dem land gefällt empfarm dann compound und und hier mussten die russische main ja wie gesagt es geht direkt live nach der stretching phase sind die ganze spielmodus noch nicht so richtig vertraut ist neun gegen neun haben wir hier nur ein logi ein transpo man kann am anfang falten oder muni spawnt hat in der main noch auf munition die ammo crates verschwinden aber noch zwei minuten da muss man mit der muni auskommt die man hat beziehungsweise auf der mittleren flagge gibt es eben halt auch nochmal kisten für beide teams wo man sich aufladen also auf munitionieren kann und da geht es auch schon los mal schauen wir haben hier weil teams mit dasselben spread ja nicht ganz hier hat man zweimann squad ein viermal squad während man hier drei dreimal squads hat aber ansonsten insgesamt beide teams hier mit jeweils drei kurz am start noch mal gleich die capzons an machen also man sieht hier auf hemfarm sehr kleine capzons also halt nur wirklich rein der compound noch nicht mal das feld gehört dazu und man pusht hier mit dem transport im norden mit dem logi versucht man dann geht man auf fanfarm während hier fct als russen schon direkt mit dem logi auf die neben dem transport auf die mittlere flacke pushen und mit dem logi auf checkpoint und da wird auch die fob gebaut mindestens eine hab erstmal somit hat fct jetzt hier erstmal die flacken hoheit und der controller also die mittlere flacke a2 man setzt sich jetzt hier ab pushen nach süden flankieren dann haben wir hier drei leute die zentral auf die mittlere flacke gehen auch noch mal im norden wobei hier fct sich jetzt auch schon mit matze kuchen und tori nach norden orientieren mal gucken wer wird hier fürs blatt ecco rottet hier rein und holt sich hier matze aber tori hat hier fürs blatt an mischa gemacht und auch noch den rumo weg geholt hier und hier hat rost und weit hier versuchen hier den loren rauszunehmen ohne erfolg jetzt kommt eine granate mal gucken die kam zu weit die ist zu weit gecoltert leider bin natürlich schön geworden hier unten im süden hat es einen frost auch erwischt die die beiden im feld weg geholt hatte wenn ich es richtig gesehen habe aber fct wie gesagt hier erstmal die mittelflagge unter kontrolle keko wurde hier oben auch ausgeschalten hinten micha und rumo pushen jetzt hier noch ran hier ist ein rallye von den russen von fc und 13 versuchte jetzt hier erstmal zu schauen wo sie hier eindringen können naja jetzt hier hinten rumo den kuchen wechselt von hinten sorry mischa aber rumo hat hier den refrag gemacht alle drei ft-täler hier am boden geben auch auf keko pusht noch nach die haben da noch den rallye ganz klo stehen der noch unbekenntnis ist ah jetzt keko überläuft ihn ja aber das heißt jetzt im norden u und hier sean mit der nade ja mit der nade hier die zwei fctler weg geholt auf der cap so mit jetzt hier norden und mittlere teil kann man jetzt gut hier rein drücken in die cap zone dritter rallye, dritter rallye dritter rallye Captain Fox und Raidon hier versuchen das zu verhindern sind im süden drin aber die kippen noch nicht hier die amerikaner die haben gewartet bis sie die zweite stellen die anderen haben sie hier im norden und spider post jetzt von süden hat man hat hier fct richtig schön in die in die zange genommen von süden norden langsam zugezogenen leute rausgenommen jetzt reingepusht fct verlebt jetzt noch hier frost hat jetzt auch hier den ausgenommen und die cap ist unter kontrolle ja man müsste gleich neutralisieren aus ihr amaka puste wieder rein in die cap aber man ist jetzt hier zu dritt drauf jetzt warnt auch noch an der hub nach hier also die leute jetzt hier von von 13 drauf ist jetzt nur drei währenddessen versucht man hier im norden die kontrolle auch zu behalten dass wir uns rausgepusht wird weil der versucht jetzt hier fct aufzubauen mit dem h9 quartier torri kuchen und matze nehmen jetzt hier auch erfolgreich den keko raus und die russen haben hier jetzt auch direkt die rabe an der mittlere flacke eingestellt und die mittlere flacke gehört jetzt hier der kreis hin zu ist da weit hier loren rausgenommen wurde aber von lucky gerefragten lucky auch noch sean rausgenommen samanta hier auch noch von lucky rausgenommen lucky schön abgeamt ist dabei dann hat nachgespawnt lucky muss ich war mal k das ist gar nicht wie sind die reingekommen nach auf die maul geklattert glaube ich ist da und die habe ist dasselbe sehr stark hier fct schön zurückgekämpft die auf der mittleren flacke sonst von den amys keiner weiter am start bis auf nemesis der ab der feste packt nicht fest ja und da hat man schon wieder neutralisiert die hub ist disabled sehr stark schaufelt man schon ja und über nordwesten versucht jetzt hier 13 die wieder rein zu pushen und das ist auch schon rausgenommen hier gesendet wird von raiden und lucky der schon gegenseitig gecovert das hier hat smg und hat hat den lucky rausgenommen hat jetzt aber ehloren close ab ist dasselbe der fländer amerikaner hat so eine stufe runtergeschaufelt wichtig das kostet viel zeit wenn die amys mal wieder drauf sind um die erst mal wieder hochzuschaufeln ja bis jetzt von den russen auch aufgeklärt aber wobei die guckte eh über die maul die ist eh aufgeklärt es ist hier schön schön das war wichtig hier ne es ist halt hier dafür gesorgt dass die amys jetzt zurück auf der flag auf der cap sind hat sich da schön hier von süden durchgekämpft einen nach dem anderen rausgepickt mit druck aus dem norden hat der fox hat uns aber hier rausgenommen man hat jetzt auch schön hier da den eingang mit blockiert mit der hub so dass sie auch nicht so einfach wieder rein pushen können das ist neutral noch kippen die amys sind jetzt hier zu zweit wird jetzt hier mit dem rallye geflankt um stress auf checkpoints machen das ist clever da ist nur frost aktuell aber der ist auch im süden wurde jetzt aber rausgenommen von spider das heißt fct bekommt das bedrohende auf checkpoint muss deswegen dann wahrscheinlich gleich kräftedruck ziehen oder hinten sparen lassen auf jeden fall und das hilft natürlich hier beim kampf um die mittlere flacke während das eine fct kann sich hier im norden durchsetzen beziehungsweise ordentlich für druck sorgen nehmen hier immer wieder 13 gut raus genommen da ist hier der rallye aber dafür 13 die die hub ist ja wirklich gut gebaut und was könnten jetzt hier einfach rein pushen können sie aber nicht wenn sie aber nicht sie könnten jetzt halt hier irgendwas dran bauen eine leiter oder was auch immer aber wie geht nicht die die bauzone endet hier vier meter vor der mauer und hätten sie da noch was anbauen können darüber bauten zu können 13 da müssen sich eigentlich nur die eingänge vor allen dingen decken halten aber währenddessen hier macht spider vor allen dingen ich weiß nicht wie viel er jetzt gerade weggeholt hat ich habe oben 23 glaube ich gesehen ist jetzt hier alleine auf checkpoint sein kollegen hat zwar schon erwischt aber ist auch nur beschuss von taktik fuchs aber wie gesagt das macht hier halt stress sorgt für unruhe hinten muss man auf jeden fall abstellen frost und kuchen sind jetzt auch hier reingespawnt schön hier mit dem grenadier gearbeitet reingeheizt kurzen prozess gemacht aber vier leute in der def die man hier bindet mit ein zwei leuten ist jetzt auch wieder nachgespawnt macht jetzt wieder stress also da hinten sind so fünf fct leute und das merkt man natürlich was merkt man nicht hier an der freund ok da ist hier 13 nicht wirklich richtung flagge aufgestellt ct neutralisiert obwohl sie hier vorne an der front wesentlich weniger leute haben und sie verzweifeln hier an der an der habe weil sie dann nimmt euch doch mal die zeit schaufelt selber bis jetzt gesteben ab oder so man kann das jetzt rübergebeutet nehmen das ist hier mit dem mg wurde jetzt auch von den lowrend gepusht nachdem er lucky rausgenommen hatte und ja fct schafft es tatsächlich hier obwohl sie gleichzeitig mit vielen leuten hinten verteidigen auch vorne die flagge zu nehmen aber 13 der unterstützt nicht hier auch den angriff mit kekko und mischa die jetzt aber beide rausgenommen wurden von matzer wurden alle beide rausgenommen und man macht hier halt immer noch von süden von dem rallye aus richtung checkpoint stress haben wir hier schön gepusht aber den rallye nicht überlaufen hat er nicht im rallye sieht er nicht ne anscheinend nicht haben hier außerhalb im back-up rallye mal gucken wo haben sie noch welche stehen hier nun rallye und das ist der eignen wird es nicht der eignen ist ja nur dass die farbe bei hat mit camp wieder falsch angezeigt wird ja aber sie sorgen hinten gut für stress beschäftigen fct jetzt muss das 13 nebenbei nur umwandeln diese diesen übergewicht an manpower eben bei den form zu bringen und das ist natürlich schon ziemlich vorteil dass die das fct jetzt hier ihren spawn aktiv hat ganz und fct nach wie vor immer noch in der cap wenn ihr gut verteidigen habe es immer wieder fct hier raus zu drängen wie gesagt haben wir aber close hier mal die reaktion sparen direkt an der flecke gegen die dresden halt nicht mehr das heißt ein aggressiver ab klar ist cool weil ich dass das eingang blockiert ist aber ja wenn man es dann halt nicht halten kann und die gegner schaffen die happy rauszunehmen hatten wir halt einen lautweg hier von 100 metern und die russen hier von 20 fct wie gesagt fokussiert sich natürlich auf die flacke hat sie geschafft beide und neuen die beiden die immer wieder südlich am rallye spawn unter stress machen hier das radio runter zu schaufeln somit die hat zu deaktivieren kippen nicht die bleiben jetzt aber hier machen stress wie gesagt in der hoffnung darauf dass die mittlere flacke von 13 eingenommen werden kann weil dann würden sie natürlich das nobarn fct hätte dann noch ein rallye wo sie schnell rein sparen könnten um das zu verhindern das ist wichtig dieser rallye der da steht und währenddessen geht hier das gefrack um die mittlere flacke weiter dem es ist hier da gemacht zwei leute rausgenommen mit mit seiner mg naja man ist jetzt eins eins hier drauf auf der flacke auf dem momentan niemand kappen außerdem die zwei kollegen kommen dann mit den caps und rein ja samantha das ist nur noch der fuchs da der verschießt auf samantha hinter auch noch zu dritt drin also die cap geht hier wenn sie es halten können wichtig ist eben dass die beiden jungs hier hinten die haben so work gemacht erstens die leute ordentlich beschäftigt zweitens jetzt beide habs mit dem radio deaktiviert was eben halt auch auswirkungen hier vorne natürlich hat auf die mittlere flacke wie man gerade merkt da wollen wir einfach nichts nach und fcd müssen jetzt einfach gucken dass jetzt hier wieder ihre 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 response aktiv kriegen und nicht dass hier auch hinten 13 und jetzt hier neutralisiert wenn sie jetzt gleich die mittlere flacke haben wobei jetzt aber ganz fcd auf checkpoint geht also ich glaube nicht dass die beiden jungs das hier schaffen aber sie schlagen sie ganz gut ja und jetzt genau richtiger core wir sind jetzt okay fct wird jetzt wieder hoch schaufeln das heißt jetzt muss man hier die zeit nutzen die russische habt ihr zu desselbe veteranos grüße ich schon gut die eignen ab wird zumindest auf jeden fall schon mal wieder aktiv gemacht hier hoch geschaufelt und jetzt die feindliche abschaufeln das wäre es dann hätte man hier wirklich einen großen vorteil auf die mittleren flacke und währenddessen hier immer wieder 13 und 11 leuten die auf checkpoint pushen und hier für stress sorgen und fcd momentan hier an checkpoint gebunden halten sehr stark wir haben jetzt noch gespawnt sie ist aktiv da vorne noch 13 die soll jetzt echt rangehen die des elbitte halten und abschaufeln und spawnt der nächste rein tori und frost schönige cover von sean beide rausgenommen sollte sich dran pushen fct hat hier auf jeden fall checkpoint erstmal wieder so weit befriedet fct baut jetzt hier neu aus nach süden aber da neun hier war marka und de loren rausgenommen weiter pusht vor waren sie schön die beiden machen echt richtig stress mal gut work ja nein noch gut was weg aber von kids her ist nicht viel unter viel 45 zu 54 ist auch generell ein close spiel noch 2 minuten ja 2 minuten wurde gerade gesagt ja minus 11 punkte stimmt fct hat plus 6 ja sie haben halt hier mehr kills und flacken sind ausgeglichen weil warum weiß ich jetzt nicht ganz haben wir eine flacke eigentlich mehr aber egal sie bekommen auf jeden fall wenn sie dann die zwei minuten jetzt noch die mittlere flacke halten ja noch die bonus punkte dazu von 10 punkten glaube ich aber fct wird halt 15 punkte dazu bekommen ähm weil sie halt mehr kills haben so dass sie etwas mehr kills haben bekommt 15 punkte nochmal zusätzlich am ende dazu gerechnet und darf mit mehr flacken ziehen und was hier ist weiter ist alleine hier und hat es geschafft die flagge zu neutralisieren wahnsinn hier über osten reingesneakt ja gut wurde dazu rausgenommen aber halt alleine was will er da machen aber trotzdem neutralisiert hier nicht schlecht hier weiter und moin moin beschäftigt hier die jungs alleine hier im süden die hatten sich anscheinend wieder aufgehoben und der loren wartet da und verliert hier das duell mein stadt reagiert hier ja im 13. wird jetzt hier natürlich verharren auf die mittlere flacke wird das mit nach hause nehmen wissen sie haben hier minus punkte ja also minus 16 punkte versuchen jetzt hier auch nicht unnötig irgendwie kills einzugehen äh oder noch zu verlieren besser gesagt humor hier im norden gut aufgeräumt tori denn noch am leben und ja 5 sekunden ist gleich vorbei und das war ein ja gutes spiel hier auf augenhöhe ich habe gar keine ich habe gar keine gar keine schlecht schöne spiel also hier lackenhoheit 13 also bonus punkte 10 damit sind sie bei minus 6 und bei fct haben plus 10 punkte und haben mehr frax also bekommen nochmal 15 punkte dazu haben insgesamt plus 25 gemacht und 13 der minus 6 so ja also wie gesagt jetzt hier fct auf der amerikanischen seite mal schauen wie jetzt die rückrunde wird bei der hinrunde ja war es ja im effekt so gewesen um das noch kurz zusammenzufassen die russen waren sehr schnell hier auf der mittleren flacke mit dem transpo haben in checkpoint ihr radio gestellt ohne hub hatten dann hier im westlichen feld von compound ihre hub und gegen die 13 der halt erstmal mit dem latschi auf hemd gefahren sind natürlich haben hier im norden ihre erste hub gestellt die zweite dann direkt auf compound um den eingang nach rostau zu blockieren ja die fct konnte sich gleich die hoheit hier oder ja die kontrolle über die mittlere flacke sichern wurden dann aber sukzessive von 13 hier gut raus gepusht während hier zwei mann im süden extrem für stress gesorgt haben hier auf checkpoint und wieder frankiert haben und 13 konnte dann bis zum schluss compound halten ja allerdings fct mehr kills gemacht so und dann haben wir hier noch zehn sekunden und dann geht es direkt los mal schauen ob 13 jetzt auch hier direkt schneller ist auf der mittleren flacke oh wir haben hier unverändert nur die selbe strat ne ja doch wieder ein zweimann squad dafür ein viermann squad damit sie den grenadieren ne damit sie es im g nehmen können genau grenadier geht es schon bei drei mann und hier haben wir wieder drei drei mann squads fct da machen wir dasselbe wie als russen mit dem transpo direkt ne doch nicht haben die feindlöschchen gesehen 13 nämlich jetzt hier auch direkt mit dem transpo so crossblatt hier ist dabei auch nein boah die hat es jetzt da hinten aber auch bei FCT erwischt die Lodzzi wollten es selber machen mit dem transpo auf die mittlere flacke die durchgrüßen haben dann gesehen okay die russen sind schneller und dann abgebremst und dann gab es hier ein fight zwischen Transpo und Lodzzi aber der unterschied ist der 13 hat den Lodzzi hier vorgefahren nicht den transpo äh transpo haben sie im Norden okay ist hier doch ne Varianz auf jeden Fall und FCT sind vielleicht zum 13 hier aber sehr kompakt die spreaden sich nicht so weit auf nach Süden und nach Norden wie es 13 gemacht hätte und gehen jetzt hier gebündelt in der Front nach vorne im Backcap ist auf beiden Seiten durch und 13 hat jetzt hier auch schon die mittlere Flacke also auch hier jetzt hier die stärkere Ausgangslage sag ich mal erstmal dass ich hier gleich schon die mittlere Flacke kreien können also hier beim Wurten hat's direkt den Moinen nochmal erwischt und eine Granate hier ging aufs Dach und Schorn rennt hier in 3 FCT rein die jetzt schon close am Westeingang sind der FCT hat ihre Hubday jetzt im Westen auch wieder im Feld wie als Wurstung hier schon im Osten die sind wir jetzt im Westen Mr. Waid hat den Matze rausgenommen hat aber selber starken Hit kassiert muss ich dringend beinagieren dann gucken was er noch rechtzeitig schafft oder ob er verloodet wurde jetzt gepusht hier von Hugen wir nehmen es ist hier schön in der MG Position die sind in der in der피 die sind in der空ch wir haben jetzt einen kassiert wir haben den Kursung im Süden hier bettelt man sich immer noch versuchte 13er ein bisschen auszubrechen mit den drei Leuten das beide hier schön was rausgenommen aber 13 da fehlt jetzt hier die manpower auf der flacke kuchen ist innerhalb der cap aber schon auch kann damit den cap stoppen wobei und ja ich 13 da hat hier noch keine abstehende ganz im norden haben sie einstehen da hat aber wie gesagt haben sie hier geplaced in compound und das war jetzt eine stufe runter ist hat das 13 dahingehend problem das hier spawn in den orten wegfällt und ja gut die hp haben sie noch nicht stehen auf compound also wenn sie jetzt an stellen würden würde das hat nichts bringen und der fct hat sich hier schön reingekämpft gutes zusammenspiel hier von den drei vier leuten die das hier im alleingang geholt haben das ist der faktik fuchs rausgenommen hat aber ist es verblutet das tut aber 13 hier keiner großartig in der nähe rum im norden noch und ist dabei pusht hier durch nach westen im süden ist jetzt auch nur noch der spider am leben also hier ist am braden vorbei gerannt denn jetzt den rücken schießt und rausnimmt ja und wie gesagt fct hat sich hier schön reingekämpft kann die flacke halt hier für mich entscheiden hier oben im norden ja ging es hin und her das habe ich jetzt nicht so beobachtet weniger das ist interessant aber ja und wie gesagt die hub hier ist nicht spawnbar die blickt man gar nicht sie haben hier oben noch ein rallye stehen ich muss generell nach rallyes gucken jetzt hier stehen und im süden und fct hat hingegen ja wie gesagt hier spawner und in den fans hier noch ein rallye denn also defensiv stehen und hier im norden um was ist hier passiert waren das granaten man macht ganz wenig leben sie haben die ganze medik deswegen immer hier neuen jetzt matze rausgenommen der hier gerade seinen kameraden aufheben würde das sind halt die ganze zeit lowlife kein medik in hoch ein kann jetzt wenn sie aber mal neu zu spawnen sie haben aber die habe direkt daneben ja das kommt auch schon wieder rein wieder volles frisches leben wir gucken mal ganz kurz auf die kills fct hier stark doppelt so viel kills mehr hat so viele kills die kuchen schön gecovert und fct an sich hier die mittlere flacke durchgehend sich es ist auch keinerlei spawnen hier von fct und von 13 dann in der nähe und müssen wir da wirklich einen weiten weg laufen und wieder auf die mit der flacke zu kommen haben nur noch im süden rallye über meine uns beide abend zu mal rein spawnen habe ich ein bisschen für stress sorgen und fct konnte jetzt auch hier im norden durch pushen hat auch den rallye da im norden überlaufen ilorin und bamaka sorgen hier für ein bisschen stress worten jetzt hier aber beide rausgenommen haben keine rallye nach vorne gesetzt oder so ne müssen jetzt auch wieder von ganz dahinten starten aber 13 die jetzt erstmal hier gut auf checkpoint zurückgefallen ja teilweise kann spawnen in der main die ich hier sehe aus und müssen komplett neu aufbauen und geht hier fct stark in führung mit flacken und kills jetzt jetzt hier morgen rausgenommen weiter morgen wie gesagt immer wieder sorgen hier einfach nur für stress im süden immer wieder zu ja das reite so weit vorne zu stellen von 13 der wahrheit verlierst du halt die flacke die kämpft die mittlere verlierst du halt auch deine hat sind die spawnen möglichkeiten und die machen schon eine menge aus weil wenn die gut passiert sind um schnell nach zu spawnen immer wieder schnell für druck zu sorgen ist hier entscheidend aber 13 kann jetzt hier im norden durch pushen zumindest hier mit zwei kollegen während barmarker und den loren wieder ganz im norden rum pushen rum jetzt hier beim akka rausgenommen weil es gleich hier auf eloren treffen haben wir uns mal an ich dachte schon er kann ich über die mauer schießen wir kennen das ja alle das problem du kannst drüber schauen aber nicht drüber schießen aber es hat geklappt dass die kugel ging zwar in die mauer aber dann wenn ihr beide im norden ausgeschalten das heißt 13 kann gerade gut im norden aufbauen bringt nur nicht so viel auf der flacke also wenn sie von norden eben halt rein pushen können lucky hat gerade von dem ist es erwischt man versucht hier die hauptstraße auch lang aber man zieht sich hier zurück werft smoke zieht sich zurück weil das hat hier der kugel gut im blick und die beiden von 13 wurden hier im norden gesandwiched haben sich hier mit süden gefeiert wurden aber von westen weggeschossen weil da fct ihren rallye haben und dann natürlich rein sporen ja und 13 die ganz über norden naja es ist halt die frage was macht auf ihren plänen wir wissen dass es in dem minus minus 13 tja pushen mit aller macht drauf und die flaggen hoher zu bekommen und dafür vielleicht noch mehr ins minus zu kommen weil die gegner von der positionierung her einen vorteil haben oder wir jetzt ganz sanft und ganz smooth geht vielleicht auch auf kills und frost hier pusht jetzt im süden nimmt den rallye raus stark das ist jetzt auch im süden hier ruhe und 13 haben laufwege ohne ende und haben nur rallies auch momentan nur einen auf checkpoint und hat ganz oben im norden der dritte squad hat gar keinen deswegen spawnen die beiden auch er ist weiter und morgen der rallye abgelaufen wurde laufen jetzt wieder nach vorne wir hatten einen neuen rallye setzen das mit dem radio ist so ungünstig weil ich sind sie jetzt so unflexibel mit habs zu arbeiten wenn man für gar nichts machen das radio ist einfach verloren solange hier fct auf der mittleren flagge die kontrolle hat und kann sich hier durchsetzen ja dreizehnte verlieren sich ein bisschen außerhalb der flacker klar arbeiten damit rallye straighten sich hin und her sind aber overall ja schon ein paar kids gut gemacht das schon aber sind da immer noch was geht es geht im minus und flacken über nach wie vor auch damit wird die fct wie lange haben wir dann noch acht eineinhalb minuten zweimal bonus punkte kassieren für flacken und für kills flacken dann plus 10 noch mal zum schluss jetzt noch plus 15 und 13 das sollte schauen dass sie wenigstens eins von beiden halt kriegen diesen minus nach auszugleichen wird schwierig das heißt sie können vielleicht auch mit aller gewalt probieren einfach auf flacken hoheit zu gehen vor allem bei flacken holt in dem fall auch bedeuten würde dass sie auch ihre hubs wieder bekommen würden taktik fuchs hier ausgescheiden den den schorn nehmen es ist hier von bamaka aus dem westen die straße runter im blick gehabt keiko pusht jetzt hier hat sich hier durchgesnickt über westen wir sind auch taktik fuchs hier in der cab und wenn sie jetzt natürlich rausnehmen kann was er kann hier sehr stark dann kippt der jetzt ja er kippt aber im süden kommt kuchen und tory kuchen hat jetzt hier auch gestoppt den cab aber im norden kam er beim akar jetzt rein hat keiko rausgenommen ja diese laufwege spiere schwierig sieht souverän hier aus für fct buchen hier schön die straße im blick kann das jetzt noch mal in deckung bringen hier und jetzt probieren sich jetzt zu dritt über süden ohne zwei sind in dem squad haben da jetzt auch wieder ein rallye gestellt ein bisschen defensiver unten im süden schön hier in den back up rallye gestellt beziehungsweise auch ein alarm rallye wenn man so will über rennt wort was und kommt was die versuche jetzt hier mal zu flankieren und mal eine neue angriff richtung aufzumachen und 13 ist hier über den haufen geschossen wurden grenadier schön hier rein geholzt kann wie gesagt hier an der munik kiste natürlich halt ständig auch munitionieren das ist ja immer noch ein großer vorteil was noch mal dazu kommt dass fct die mittlere flacke hat und fct pusht jetzt sogar nach vorne richtung checkpoint hier mit drei leuten rum und wie ist das rum und michael war jetzt hier im süden gewesen aber hier oben zwar nur wieder am rallye liefert sich jetzt mit dem anderen rallye von fct und frost und die lauren hier schon nach vorne kuchen hat es erwischt auf der südlichen flanke und frost pusht rein und beginnt zu neutralisieren samanta hat sie auch erwischt im norden in loren schön gemacht und jetzt neutralisieren fct auch noch hier steckt freund und 13 hat nur hier im norden ihren rallye vorsatz dummerweise erwischt der hier gekämpft hat loren ist ja außerhalb der cap hat jetzt nach vorne gewusst wurde von schauen rausgenommen somit die situation seitens 13 wieder geklärt war ein starker angriff gewesen sind weit gekommen und auf der def sieht gut aus hier die drei jungs im süden wurden jetzt auch schon ausgeschalten bis auf michael der ist da im feld rallye hier von fct wurde abgelaufen im süden dass sie wahrscheinlich auch alarmiert hat michael jetzt hier im feld den taktik fuchs rausgenommen und matze sucht den kollegen hier der hier durchs feld fliegt anna die out hier ins feld am matze hört nicht wie er sich verbindet hat ihn aber stimmen gehört matze sucht und sucht und sucht kuchen kommen jetzt auch noch zu helfe mal wieder hier keine leiche das ist das problem kommen trotzdem komm mal ein bisschen her zu mir matze auf hier könnte immer noch einer sein ging aber mit rallye stellen da ist matze in mischa reingerannt direkt über euch im norden so schauen wir mal was hier noch ganz passiert bevor ich mich hier in der 1-situation zu verliere fct schafft es hier im norden wieder druck zu machen nach vorn zu pushen aber ist da weit schon stark gehittet hier von äh bamaka nemesis wurde da rausgenommen von lucky ja und weit taucht im feld ab muss ich ballagieren weiter und ein moin versuchen sie jetzt hier direkt auf die flacke drauf und jetzt habe ich natürlich verpasst aber sie haben es geschafft hier den kollegen hier rauszunehmen der hier das feld gekrochen hat nur hier ist sorry ich glaube die haben sich beide gegenseitig gehört hier suchen sich gerade weil da flitzt hier irgendwie wie ein weasel wurde hier aber jetzt gesandwiched und von der seite von matze weg rausgenommen moin jetzt hier noch drinnen sorry ich guck nach norden nein da ist eh luchten aus ich hab einen süden ich guck süden ja matze hat diese steps gehört ja moin hat da hier rausgepeakt auf tore geschossen ihn aber nicht bekommen und wurde dann von matze und kuchen gepusht und auch rausgenommen ja und sie schaffen es halt hier immer nochmal mit ein zwei leuten an den körper und dran aber ja es fehlt halt einfach der druck es fehlt halt der spawn die manpower ganz schwierig also ich denke hier war wirklich das problem einfach gewesen mit dem radio das ist soweit vorne zu setzen das war jetzt glaube ich das problem es hätte ganz anders ausgesehen glaube ich hätten sie die ganze zeit über ihre fox verfügt wir haben jetzt hier loren rausgenommen holzt er noch weiter hat ihn aber schon längst wir haben hier bamaka wir haben jetzt das pusht ihn jetzt die position ist denke ich bekannt ja vieles spielt sich hier im norden ab aber halt außerhalb der cap des objektes bei redis hier gegen gegenseitig ein rein sporen und sich hier und weil es hier oben mit den mit den feldern und so weiter ist ein schönes gebiet das macht spaß dort zu falten aber das ist auch schon vorbei und fct hier absolut souverän in der rückrunde haben hier plus 24 team punkte plus 24 team punkte plus zehn punkte für mehr flacken plus 15 punkte für mehr kills und ja 13 datier minus 27 und auch noch mal minus 10 für eine flacke weniger sind sie seit dem minus 37 auf der rückrunde kassiert ja gut war trotzdem schönes spiel auf jeden fall langsam wie jetzt letzte karte auf sumari das ja echt totales gebäsche war ja hat spaß gemacht gleich im anschluss kommt das match moment jetzt muss ich überlegen das ist s3s gegen ich muss mal kurz nachschauen s3s gegen sts genau s3s gegen sts ich mache kurz den stream aus machen gleich wieder an und dann haben wir gleich das zweite spiel im anschluss also macht's gut